Und ein Neunzen Vorbericht, Samstag 15.30 Uhr, auswärts bei Union Berlin geht es weiter. Die letzte Länderspielpause der Saison ist vorbei. Testspiel Heidenheim, Freitag gab es ein Testspiel gegen aktuellen Tabellenzweiten der 2. Liga. Die sind ja damit nur mit einer C11 aufgetreten, muss man auch ganz ehrlich sagen. Bei uns Nationalspieler gefehlt, ist ja auch klar. So natürlich noch weniger Aussagekraft als ein Testspiel ohnehin schon hat. 2-0-Sieg, Eigentor und auch ein Fernschussstrahl von Waldemar Anton. Ganz wilde Nummer. Eigene Jugendspieler dabei gewesen. Weig von Beginn an auch Hoppe und Bazzoli eingewiesen worden. Und allzu viel mehr kann ich auch nicht sagen. Ich habe nur 15 Minuten gesehen, grob. Die letzten 15 Minuten habe ich noch gesehen im TV. Mehr auch nicht. Es kann aber auf jeden Fall auch nicht wehtun, dass die Mannschaft wieder das Gefühl hat von einem Sieg und mal wieder was gewonnen hat. Werde-Widerspruch. Weil im Werde gibt es ja eh immer Diskussionen und immer so ein negativer Wind, der da weht. Und jetzt vor kurzem, meiner Meinung nach, zumindest etwas billig nachgetreten worden Richtung Mislintat. Mislintat hat in der Retrospektive 100% Fehler gemacht in der Kaderplanung. Das ist klar. Auch gute Leute geholt, aber auch schlechte, wie bei jedem Kaderplaner halt so. Jetzt kam eine Formulierung in den Medien, dass Werle das Hauptproblem bei der Kaderzusammenstellung von Mislintat sieht. Kann er machen. Dann aber auch hier der Throwback, wurde auch auf Twitter so genommen genommen, der Throwback zu ein paar Monate davor, dass er mit Mislintat zusammen 17 Transferaktivitäten abgewickelt hat. Das war dieser Moment so Richtung Verlängerung und sowas von wegen, alles ruhig, haben zusammen 17 Transferaktivitäten gemacht. Also wir hassen uns nicht so doof gesagt, war so ein bisschen die Erklärung dafür. Das heißt, im einen Moment heißt es, zusammen 17 Transferaktivitäten gemacht, alles läuft doch hier prima zu dann, ja, Fehler, Mislintat-Kaderzusammenstellung. Bisschen billig, weil er hat es ja abgewickelt, den ganzen Spaß auch. Und dazu brauchte laut Ricky Palm auf Twitter er auch immer zwei Unterschriften aus dem Vorstand und auch das Okay und das Go eben aus dem Aufsichtsrat. Das heißt am Ende des Tages war natürlich nicht nur Mislintat, sondern drei, vier weitere haben das immer, ja, abgewickelt. Und das hätte ja auch verhindert werden können, jetzt ein bisschen billig zu sagen, es liegt nur an Mislintats Kader. Ihr habt ihn auch selber mitgebaut. Wohlgemut-Ansage. Der Kollege, unser Sportdirektor, hat scheinbar mein Video gesehen zur Mannschaft in der Pflicht, Kappa. Die Bild schreibt, Wohlgemut erhöht Druck auf die Spieler. Bin ich erstmal voll dabei, ich sage gerne das Video dazu reinziehen. Schlecht angekommen ist die Aussage, ja, Zitat, Empörung der Öffentlichkeit, die man so ein bisschen ausblenden will in der aktuellen Situation. Und sowas kann es halt als VfB-Fan und auch viele auf Twitter, Social Media nicht mehr hören. So, wir haben jedes Recht dazu, empört zu sein und merkt auch schon so ein paar anderen Aussagen. Er hat schon noch ein bisschen was zu lernen in dieser Schritt von 2. Liga bis im Hintergrund Unbekannter zu eben Sportdirektor bei einem Erstligisten. Verlorener Vorteil. Und das bringt mich perfekt zum nächsten Punkt. Der hat jetzt auch irgendwie so ein Extra-Video noch schaffen können oder ins Anzeige-Video an die Mannschaft, wie auch immer. Der verlorene Vorteil. Was ich damit meine ist, letzte Saison wurde hier komplett zusammengestanden. Der komplette Verein. Jetzt haben wir intern ständig Querelen und neue Berichte und alle drei Tage passiert irgendwas. Dazu eben auch die Fans und der gesamte Verein. Jetzt gibt es Gegner von Labbadia, Gegner von Werle, Gegner von Vogue, Gegner von allen und so weiter und so fort. Das war unser großer Vorteil letzte Saison. Diese Ruhe, auch am Trainer festgehalten. Keine Wechsel, keine Gerüchte eigentlich. Alle am selben Strang. Eben auch, ne, Verein und Fans am selben Strang. Und der ist jetzt gefühlt komplett weg. Dieser große Vorteil, den wir in diesem Abschiedskampf im Vergleich zur letzten Saison nicht mehr haben. Der VfB Mai. Es wurde die Saison zu Ende terminiert. Der Mai und Saisonentsport sind nun klar. Letztes Spiel lag logischerweise alles parallel. Und unser Heimspiel gegen Hoffenheim, Augsburg an einem Freitagabend auswärts. Und interessanten Abschiedskampf am drittletzten und auch am vorletzten Spieltag haben alle Konkurrenten unten schon gespielt, wenn wir dann erst dran sind am Sonntag. Wir wissen also, was möglich ist. Kann ein Vorteil sein, wie letztes Jahr. Haben wir ja auch gemerkt. Hast du gemerkt, die ganzen Ergebnisse laufen rein. Hertha gegen Mainz verloren, so Geschichten. Da war doch noch was drin. Ey, wenn du jetzt einen Punkt holst in München Sonntagabend und so weiter, ne, da kam ein bisschen Hoffnung durch diese Version. Oder durch diese Chance eben, dass du schon weißt, was jetzt passiert, kam ein bisschen hoch. Durch Ergebnisse davor noch mal Hoffnung schöpfen. Kann natürlich auch andersrum laufen, dass davor alle schon punkten. Du weißt, ja, super. Schwierig hier. Können wir uns später eigentlich auch sein lassen am Sonntag. Also so und so zu sehen. Aber auf jeden Fall interessantes Restprogramm. Und ja, hoffentlich schaffen wir es, ne. Sosa-Ersatzgerüchte. Weil sieht das ja danach aus, dass Borna Sosa, Abstieg oder Klassenerhalt, scheint egal zu sein. Der Mann wird im Sommer gehen. Gibt es viele Gerüchte um die Premier League, auch Tottenham genannt worden. Er will auf jeden Fall mit aller Kraft im Sommer dann mal wechseln. Es ist ja eh seit drei, vier Transferfans immer wieder die Gerüchte um Borna Sosa. Nun die ersten Gerüchte um einen Ersatz für ihn. Linksverteidigermarkt. Und hier wurden zwei Linksverteidiger aus Liga 2 genannt. Chima Okoruchi, wenn man es nur ausspricht, von Sandhausen. Sollten sie absteigen, was ja auch möglich ist aktuell. Wäre er ablösefrei im Sommer auch. Dazu der Hannover-Spieler Derrick Köhn. Auch da an ihm sind andere Bundesligisten interessiert. Ich kann nur die Stats angucken. Ich habe von den beiden nicht ein Spiel gesehen. Okoruchi ist Leistungsträger bei Sandhausen. Klar, aber wirkt eher so als die Zweitliga-Option. Hat zwei Vorlagen gemacht bisher. Auf den ersten Blick ist da Köhn besser unterwegs. Vermutlich die Erstliga-Option, sag ich mal. Sind auch mehr andere Erstligisten noch mit dran. Zwei Tore, vier Vorlagen. Und der hat aktuell 1,5 Millionen Marktwert. Transfermarkt-Updates. Die nächste wunderschöne Überleitung. Gibt neue Updates hier von Transfermarkt.de, was den Marktwert angeht bei ein paar VfB-Spielern. Das erste Gewinner. Casanaras 300.000 draufbekommen. Jetzt ist er bei 700.000. Pretlow hat 800.000 draufbekommen. Jetzt bei 1,5 Millionen. Wagnermann, denk mal Hauptausschlag da wahrscheinlich eben der Nationalmannschafts-Nominierung. 1,3 Millionen dazubekommen. Jetzt ist er bei 5 Millionen Marktwert. Und am meisten dazubekommen. Freut mich auch sehr für ihn. Auch verdient. Hiroki Ito, 2 Millionen oben draufbekommen. Jetzt ein 7,5 Millionen Euro Marktwert. Die Verlierer. Pfeiffer, minus 800.000. Jetzt bei 2 Millionen. Sagadou, minus 1,5 Millionen. Jetzt bei 3,5 Millionen nur noch. Müller sinkt auch immer weiter. Minus 1,5 Millionen steht nun auf 1,5 Millionen. Heißt auch, vorhin 1,5 bei Bredlow und bei Müller. Wir haben jetzt aktuell als Stammkeeper, egal wer spielt, 1,5 Millionen Marktwert. Das ist auch nicht unbedingt das riesen Qualitätsmerkmal, sag ich mal, ohne irgendwie zu nahe treten zu wollen. Silas hat 3 Millionen verloren. Jetzt immer noch bei 10 Millionen wenigstens. Wild wird es halt bei Sosa. So, der spielt eine ordentliche Saison. WM Dritter geworden. Ich weiß natürlich nicht, was genau da alles rein spielt in diesen Marktwerte. Aber der Kollege hat einfach von jetzt auf gleich 5 Millionen Marktwert verloren. 5 Millionen. Ist von 20 Millionen Marktwert auf 15 Millionen runter. Das tut schon weh. Und ich hoffe mal, dass das irgendwie kein Zeichen für den Sommer ist. Wir haben im Winter gehört, um die 12 Millionen Leverkusen. Ich hätte ja schon trotzdem gerne irgendwie eine 2 davor stehen. So irgendwas um die 20 bisschen mehr Millionen im Sommer für Borna Sosa. Union Berlin. Es geht an die Alte Försterei zum aktuell dritten Platz in der Bundesliga. Das ist wirklich beeindruckend. Einfach muss man so sagen, was Union da seit dem Relegationsaufstieg gegen uns. Juhu. Da macht in der ersten Liga. Also 100 Prozent. Die spielen nicht den schönsten Fußball, nicht den ansehnlichsten, aber eben erfolgreichen Fußball. Ergebnis Fußball. Gerade in Heimspielen stark. Das letzte 2-0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt mit drei Punkten Abstand vor Platz 5. Also aktuell drei Punkte Vorsprung eben in den Champions-Siegplätzen drin. Das ist einfach brutal. Sammeln ihre Punkte. Ich sage, eiskalt, eklig zu bespielen. Aber eben viel Leidenschaft, Zusammenhalt sind der Favorit. Labbadia sagt auch, es ist toll anzusehen, wie sie funktionieren. Jeder ist bereit, den gewünschten Weg zu gehen. Schwingt für mich fast ein bisschen Neid mit. Im Blick auf unsere Mannschaft, sage ich mal, eben diese Thematik mitziehen. Vielleicht überinterpretiere ich da aber auch was. Gira-Sea-Comeback. Das, was uns seit Wochen beschäftigt, fehlt uns nun seit der 25. Minute gegen Werder Bremen am 19. Spieltag. Wir haben jetzt, den nächsten Spieltag ist der 26. Der Mann fehlt so dermaßen lange. Hat auch in Labbadia getroffen, als er da war. Gegen Mainz, gegen Bremen, in Paderborn, in Leipzig. Ich glaube auch hier Magengeschichten gehabt, auch da nicht gespielt. Aber der war auch in Labbadia. Einfach wirklich eine absolute Lebensversicherung, die uns jetzt seit 6, 7 Spielen dann fehlt. Das ist brutal. Er war nun auf der Länderspielreise mit dabei, aber ohne Einsatz. Wahrscheinlich irgendwie nur als erfahrener Teamplayer, wie auch immer. Fitnesstrainer war auch dabei, glaube ich, auf der Reise scheinbar. Ist nun wieder mit im Mannschaftstraining dabei. Trotzdem noch keine Jubelsprünge zu machen für uns Fans. Er wurde nur noch vor zwei Kämpfen gestohnt und so Geschichten. Heute aus der PK hieß es, Stand heute kann er am Samstag nicht spielen. Also wir können nicht davon ausgehen, dass er am Samstag irgendwie eine Rolle spielen wird. Hoffnung können wir uns, glaube ich, ein bisschen machen auf nächste Woche. Nürnberg wäre schön, aber am Ende auch egal. Ist ja in Anführungszeichen nur Pokal, auch wenn ich da trotzdem gerne weiterkommen würde. Aber am wichtigsten wäre, wenn er gegen Bochum wieder weitgehend, natürlich am liebsten über 90, aber eben einfach viel Einsatz bekommen könnte. Aufstellung und vor allem anderen. Wir haben wieder einen deutschen Nationalspieler am Start. Wagnermann war nominiert, wussten wir, aber er hat eben jetzt auch gespielt. In der 81. 80. oder sowas wurde er eingewäßt gegen Belgien. Ein 9-Minuter, 10-Minuter Nationalmannschaftsauftritt für Wagnermann. Glückwunsch dazu. Silas hatte was Muskuläres, hieß es auf der PK, deswegen im letzten Länderspiel nicht dabei gewesen, nicht absolviert gehabt. Casanaras und Eckloff spielen morgen bei der U21 für Spielpraxis. Vermutlich deswegen auch dann Einsatz nicht am Start für Samstag. Endo und Ito spät gelandet erst gestern von der Nationalmannschaft zurück. Regeneration ist eingeleitet. Jetzt müssen sie in den Rhythmus kommen. Das wird schon packen, wird schon klappen bei den beiden, denke ich mal. Silas muss jetzt mal gucken und Gerasi, wie schon gerade besprochen, noch zu früh. Und dann, jetzt ist zwei Wochen her, der letzte Vorbericht. Ich will jetzt eine Aufstellung machen, vielleicht auch ein bisschen als Hoffnung, weil auch im Video angesprochen, wir müssen weg von diesem 4-3-3. Wir müssen den Kater so spielen lassen, wie er einfach zusammengestellt wurde. Labbadia muss in gewissen Ecken sich einfach auch selber überwinden und eben sich neu erfinden. Deswegen erfinde ich unseren VfB jetzt auch, ich sag mal, im Labbadia-Zeitalter mal neu. 3-3-2-2. Ich glaube, unter Wimmer haben es das letzte Mal so gespielt, auch unter Matarazzo schon mal. Pretlo, Dinos, Anton, Ito, Wagnumann, Karasor, Sosa, Endo, Haraguchi und vorne Perea und Tomasch. Prognose. Und ich bekomme bei diesem Spiel echt sehr Freiburg-Auswärts-Feeling irgendwie. Man weiß, dass es mit Leidenschaft, mit spielerischen Elementen, da durchaus was gehen könnte. Labbadia hat auch auf der PK, man muss das annehmen, viele Kracherbegriffe halt. So Robustheit, Zweikämpfe, Geduld, Konzentration, Effektivität ist auch ganz klar. Interessant war, hat auch gesagt auf der PK, dass natürlich das genutzt wird, dass Haraguchi im Winter noch dort war. So ein bisschen Insider-Infos, Insights aus Union. Vielleicht hilft es ja irgendwas, das wäre ja schön. Und dann habe ich dieses Gefühl, dass halt solche Mannschaften auch mal eklig gewinnen. Wie gesagt, dieses Gefühl von Freiburg auswärts, haben wir wirklich sehr unglücklich verloren. Einen Punkt war da definitiv drin, aber du verlierst es halt bei solchen Klubs. Dazu kommt unser Negativ-Rekord auswärts. Ich spreche es trotzdem nochmal an, auch wenn wir das alle schon wissen, seit Dezember 2021 kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Schalke hat da einen Punkt geholt durch Kampf bei Union, 0 zu 0. Das kann uns auch möglich sein, das kann auch vielen Vereinen möglich sein bei Union. Problem nur, kämpfen die Jungs. Kämpfen die Jungs am Samstag, das ist die große Frage. Haben sie Lust darauf, haben sie es nicht? Positiv vielleicht, es ist diese größere Bühne als zum Beispiel Wolfsburg zu Hause, Schalke auswärts, um mal diesen Kritikpunkt weiterzuführen. Es ist die größere Bühne. Bayern, Frankfurt, Leipzig, alles ordentliche Spiele. Nur gegen Frankfurt gepunktet halt leider. Jetzt Union, Platz 3 ist die größere Bühne. Vielleicht hat das irgendeinen Effekt. Wie gesagt, oft gut gespielt, aber oft auch nicht gepunktet. Gegen diese Top-Klubs. Mein Tipp deswegen, ein dreckiges 1-0 für Union. Ich bleibe hier ganz realistisch. Wäre schön. Ich glaube, wir können es auch irgendwo berechtigte Hoffnungen machen, weitestgehend. Vielleicht da einen Punkt mitzunehmen bei Union. Aber am Ende des Tages wird wieder so eine ekelhafte Niederlage, wo du am Ende rausgehst und sagst, jo, ein Punkt wäre es eigentlich gewesen. Aber so gewinnt halt ein Top-Team und so verliert ein Abstiegskandidat. Deswegen 1-0 Union. Die Tipps zum Spieltag, wie immer jetzt morgen, in Das sagt die Statistik. Wir streamen natürlich am Samstag das Spiel zusammen. Match-Reaction bei mir hier auf dem Kanal. Lass gerne einen kostenlosen Like und ein Abo da. Bedankt fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.